Aber richtig fulle Clubs waren die. Wo sind die? Auf dem Parkplatz, am Dings, Hanvi. Am Hanvi, oder? Nein, die sind reingegangen. Boah. VSS, oder was? Nee, ich glaub, dass es nicht Letchett ist, Mann. Warum? Ja, der hat ein Zombie so weggerattert, weißt du, mit der Machete. Nicht zweimal so normal, sondern das Blut ist so richtig so ein Fontänen, so. So richtig viel Blut. Ach, nö. Oh, nee, Smo, sag jetzt nicht sowas. Aber sind eigentlich nur noch die beiden hier auf dem Server. Sonst kann nicht viel sein. Noch ist der Server gut. Wo sind denn die jetzt? Im Inkhaus, ne? Ja. Schade, dass ich die nicht früher gesehen hab. Denen hätten wir schön einen Headshot geben können. Du weißt ja nicht, ob es deren Kisten sind. Superfly, pass auf. Ding, Snacker. Oh, ich bin von hinten tot. Ja, einer ist drückt. Engage. Nö, bin schon dabei. Smo, bleib drinnen. Der hat nur ne Evo. Und der versucht jetzt grad zu meinem Loot zu... Oh, No Clipper. No Clipper, ey, ja. Er ist durch den Zaun durchgelaufen. Er steht jetzt genau an dem Müllton. Pass auf, der schießt gleich. Und welchen Müllton? Die Müllton, die Müllton bei der, bei der, bei der, ähm... Bei der... Jetzt, jetzt, jetzt läuft er auf der Wand, wo ich stand, lang. Er läuft jetzt zu meinem Loot. Er lootet schon. Mein, warum ist vor uns denn hier noch ein Scheiß-Zombie? Kannst du mich verarschen? Seid ihr beide raus? Äh, äh, äh... Elebatort. Keine Ahnung. Wo ist er denn? Äh, steht genau auf dem Sandtag, aber er lootet meine VSS nicht mal. Vielleicht sieht er es ja nicht. Oder hat Angst. Nein, er steht genau auf hier. Ja. War's dann hundertprozentig nur Clip? Ja. Den hat er auch ein Bot. Dann hab ich Angst. Wo ist er denn jetzt? Ja, auf dieser weißen Wand von der, von der Feuerwehr halt. Hinterm Carport. Er ist raus. Elebatz ist raus. Guck mal, ob, ob die VSS da noch liegt. Die liegt da noch. Er hat wahrscheinlich einen Disconnect. Oh, kannst du sie bitte einpacken? Ja, aber der muss sich kurz hier außen rumlatschen. Beeilte dich, der wird gleich wieder ein. Ich sag's ja nicht. Ja, bleib ich sonst hier stehen. Aber warte, ich hab doch einen Sandtag. Boah, ey. Einfach durch den Zaun gelatscht. Kannst du gleich ein Highlight drausen. Mach mal jetzt schon. Ne, ich muss nur einen Moment laufen lassen. Ja, wenn, dann würde ich ihn nämlich jetzt aufbannen wollen, weißt du? Ja, ich muss nur, letztes Mal hab ich das dann nicht sofort gefunden, weißt du? Das ist mir gewünscht. Ja, nimm nur die VSS. Wenn, dann müsste er direkt neben dir sein. Dann musst du ihn gleich weghauen. Ja, das ist mir gewünscht. Ich beobachte die Viewer, äh, die Liste hier, aber den nicht. Ja, aber noclip. Durch ein... Ist einfach von Rotenhaus 2, weißt du, so zu Medik durch den Zaun durchgegangen. Hast du das Wichtigste? Ja, warte. Hab ich jetzt eigentlich so gut wie. Dass er es nicht aufgehoben hat, ey. Ich glaub, der ist rausgeflogen. Oh, jetzt ist irgendeiner wieder drauf. Wo die Elin... Ich guck grad, ob er drauf ist. Ne, ist nicht drauf. Nein, scheiße. Hast du's? Ich auch aus. Hast du im Stream auch gesehen, dass er noclipt? Ja. Ich hab aber dein ganzes Zeug. Tja, da hat ihm der Heck diesmal nichts gemacht, wa? Digga, aber mal ernsthaft, was, ey. Der da drin... Der da drin war genauso krank, Mann. Der da drin, der hat den... Der hat den Typen da voll so... Ey, wisst doch. Ne? Nur mit der Machete. Er ist so richtig so... Weiß ich nicht, in Stücke gefallen. Na hier, Frank sagt schon so, der Scheiß auf VSS. Da weiß, dass er gebannt wird. So, oh nein. Ich bin durch den Zaun gelaufen. Das war KS KS Varela. Oh nein. Der reportet mich im Forum. Dann lasse ich ihm die VSS vielleicht reportet er mich dann nicht. Weißt du, so ein Scheiße. Vielleicht wollte er dich auch einfach nur umbringen, weißt du, nach dem Motto. Ja. Bin noch im KS K, ne? Bin ich auch gleich. Ach ja. Und wer ist wieder zu sein? Luthengelaufen. Die Superfliege. Danke mich. Aber auch dieses Mal kann ich sagen, ich... Ich hätte jetzt nicht, ne? Ach, ich spare mir den Satz. Er hat bestimmt Angst gehabt, ey. Bestimmt Angst von mir. Weiß er sich, ey. Ja. Ja. Dann stehst du da rum und schießt gerade auf Leute, weißt du. So, schießt du so auf Leute und auf einmal fällst du so instant um. Ich meine, das mit dem Schießen, das wäre sogar noch möglich gewesen, so weißt du. Weil ich hätte ihn da dann hören müssen. Nö. 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 Wo ist denn der... Wo ist jetzt der andere Theon? Ach, Robsen, geh mal pennen, ey. Ja, Robsen. Das werde ich auch gleich tun. Ja, ist umgestimmt. Ich hole jetzt noch meine VSS. Pack die denn locker. Dann kriegst du die nicht. Der muss jetzt schon auf dem Spiel zu. Nö. Dann kriegst du sie nicht. Ja, ich würde vielleicht nochmal einen US-001er spielen, ja. Oh, ab, Alter. What? Was hast du denn so aufgesammelt Schönes? Ja? Bei dir? Mhm. Hey, guck mal. Ähm, da haben wir gerade. Medikit. Großer Rucksack. Kestel. OSS. Head Stalker. Ria. Rote Verwände. Und das Beil. Was ist doch geil.